moin grüße und hallo zu einer neuen folge von holo night folge nummer zwei wir sind hier auf unserer bank und immer noch auf der suche nach ein paar moneten denn wir brauchen lasst noch mal schauen im grad nicht am stück auf ich weiß nicht so 950 geo brauchen wir das spiel lauter geworden ein bisschen oder aber egal wenn ich mich recht erinner müssen wir noch an dem komischen rachen vorbei hier war das wenn wir jetzt die rache mit der rache dürfte das jetzt kein problem sein wir haben die art von monster hier schon mal gekillt genau sagt wenn er mir noch ein paar bellchen hinwirft jetzt ist er tot genau okay hier ändert sich ein wenig die vegetation wir kommen anscheinend in ein anderes gebiet alles klar wir sind im grünweg oder auf dem grünweg wir sagen mal im grünweg macht den namen alle ehre alles sehr bunt und pflanzlich und und neue monster ok stinkende monster die anscheinend noch gerne bombe droppen nachdem sie gott fuck dass man genug belegt wenn man genug beckt wird wenn man stirbt und mir nicht zugute wir probieren zumal ok ich dachte er gibt mir jetzt vielleicht irgendwas aber fehl alarm wir hatten bis dato noch ein ziel sprich ich wusste wo ich lang muss jetzt gucke ich mal was mich in dieser welt erwartet und wir müssen aufpassen dass wir nicht sterben ich gehe einmal kacken und weiter geht's sowas mit der keine karte für dieses gebiet gut dann nehme ich mal ganz stark an dass der fuck dass cornerfall hier irgendwo rumwandert und mir die karte gibt und mir die karte gibt hier oben eine bank ok speichern ist immer gut lampen kaputt machen auch hier ist kein durchgang aber bis jetzt gefällt mir die welt auf jeden fall schon mal besser als die andere die ist ein bisschen farbenfroher wer bist denn du oh nein ich komme nicht hoch aber schon es war eine frau ich denke mein hollow knight schätzt die anwesenheit einer frau sehr toll dass mir die hälfte an cash auch immer in diese grüne todessuppe fällt da habe ich ja richtig viel von so wie auch immer wir also ich hoffe wir treffen sie nochmal wir werden sie auf jeden fall nochmal treffen aber ich hoffe auch sehr bald da oben komme ich wie gesagt nicht hin dann muss es noch einen anderen weg geben bis dato nehmen wir aber das ganze cash mit was mitnehmen können ne hier war ich noch nicht da kann man bestimmt auch einige gegner gut stompen werde ich mir vielleicht obwohl bis dahin komme ich ja nicht komm jetzt kommt komm mal her komm und die tun dann nicht mal mehr explodieren also die gegner ziehen ein bisschen an würde ich sagen sind immer mehr oder immer noch mehr oh fuck immer noch mehr deko als bedrohung aber wir söhren wir söhren wir söhren wir söhren wir söhren wir söhren hier ist es ganz anders als an der weg kreuzung findest du nicht so ein schwüler lebendiger ort die wege winden und schlängeln sich auf eine wundervolle art und weise ich habe die gegend vor und so gut wie möglich festgehalten ich muss aber zugeben dass sich einige der bewohner als ziemliche störenfriede erwiesen haben so die karte kaufen wir kostet wieder 60 wir werden da ein bisschen zurück geworfen was unsere ersparnisse angeht ähm ja was will man sonst machen hier oben komme ich wieder nicht hoch also anstatt diesen mega ultra geilen weißen feuerball namens rache hätte ich auch gern einen doppelsprung gehabt aber nö so müssen wir jetzt wieder zurück nach unten können wir auch noch springen wir gucken uns mal an was korne von uns hier aufgeschrieben hat wir haben doch eigentlich unseren kompass oder aber wir sind nicht eingetragen oh fuck yo übertreibt halt kurz heilen so jetzt nochmal in ruhe äh zack haben wir den kompass nicht karte und feder äh haben wir keinen kompass gekauft bin jetzt doof doch der kompass habe ich ausgerüstet ne habe ich nicht oh gott naja zur bank will ich jetzt aber nicht nochmal weg gucken einfach mal ob wir noch eine andere äh ich dachte wir hätten den ausgerüstet oder bin jetzt doof naja wir sehen es ja also 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 ich denke wir sind ganz unten rechts wir könnten jetzt nach rechts gehen ich guck mal kurz rein aber ich glaube nicht dass da was sinnvolles drin ist außer hohes gras uff bruder ne ich gebe ne ich muss los zuhören achso boah ich dachte das springt gleich raus kleiner knirps fruchtlos kommst du daher fruchtlos ja natürlich fruchtlos auf jeden fall fruchtlos wirst du ein jäger wie ich wirst du das innere verlangen zu lauern zu töten zu verstehen dann nimm mein journal es wird dir helfen anfangs wird der text unverständlich sein aber ein erfahrener jäger wird seine worte verstehen wage dich in die tiefen dieses landes unterschlage seine bestien erweise dich als würdig das zeichen des jägers zu tragen cool journal des jägers und öffne die journalseite ok wir drücken das und öffnen die journalseite oh wow das ist einfach so ein Pfadfinderbuch oder was ah ne ich sehe noch 2 mehr um die notizen des jägers zu entziffern ok das ist eigentlich relativ geil ich danke dir 6 augiges Dingsbums so na guck mal an ne erstmal ich voll oh Digga hat sich aber gar nicht gelohnt ja na klar natürlich falle ich da rein ne ne komm zurück ich sehne mich nach einer Frau ich sehne mich nach Liebe was tue ich hier die ganze Zeit wo bin ich hm 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 alter n an was soll das ein respekt oder was wieder so ein krabbel ding in die stacheln mit dir okay das sieht man überhaupt nicht wenn man drüber da rein da ich hoffe da ist eine bank drin ich hoffe wirklich da ist eine bank drin ach du scheiße was das denn und wo hören die stacheln jetzt auf kann ich licht machen am arsch ich bin nicht mal gesprungen ich muss aufpassen dass ich nicht sterbe ich habe keinen bock wieder meine leiche zu suchen oder das feier ich ja absolut gar nicht ja genau okay nö habe ich gar keinen bock drauf kann ich irgendwas hauen um ein bisschen wasser zu bekommen bitte nee das sieht nicht so aus das könnte ich das kann ich da drauf springen ist denn da komme ich nicht oh nein ich dachte ich könnte drauf springen oh mein gott wo war das hier unten oh wir haben ihn so was wir aber nicht haben ist ein weg nach draußen dann hier nicht lang so hier gibt es eine bank habe ich auf dem weg gehen nevermind gibt es absolut keine bank habe jetzt locker eine halbe stunde nach meinem körper gesucht und bin extrem froh ihn wieder zu kommen aber immer noch verwirrt weil ich keinen weg herausgefunden habe hier war die bank oder also würde ich mich gerne noch mal drauf setzen genau hier war eine bank sagt so dann gehen wir mal nicht in den abgrund und schlagen uns hier durch was sich als schwierig herausstellen mit dem fliege dingern wenn man noch ein bisschen hatte okay so hier geht's lang ganz eindeutig das wasser beruhig nicht noch mal weg ich bin jetzt auch nicht bereit meine drei verbliebenen leben zu opfern um den auch irgendwie feiten zu wollen wenn ich den ganz einfach nur umlaufen kann mal da noch so ein vieh noch eins oh okay okay da war wieder meine ische ich hier hoch bin ich jetzt kann sein ja komm ich laufe mal der frau hinterher die zeigt mir den weg habe ich das gefühl okay jetzt sehe ich sie allerdings nicht mehr oh oh wie ist es ich weiß nicht ob sie klügste wahl ist hier jeden kämpfen zu wollen wenn ich hier auch einfach durchkomme ohne leben zu verlieren reicht mir das schon ein automat mit dem symbol einer bank hier einwerfen ja natürlich das macht dann wohl die schranke auf ich kann mal kurz kacken und dann geht's weiter auf die bank so wir müssen jetzt hier hoch hüpfen und werden wahrscheinlich dann auch bald mal die nette dame kennenlernen aber wir machen hier einen cut wir sehen uns nächsten donnerstag wenn es wieder heißt hollow night bis dahin macht's gut tschö